heute ist unser glückstag drüber geschossen doch mal darüber geschlossen vorsicht nein nicht dahin was du geworfen ja ich wollte mal diese ist diese lampen liegen doch überall rum Mistköter da ist auch noch ne ja noch mehr Munition genau ist hier noch etwas hier ist noch Munition oh sehr gut ja aber Munition gibt es hier noch ein bisschen oh Hunde Hunde wollt ihr eh nicht oh Gott wo ist er? ach da alter ich hab den auch nicht gesehen der war ja der war richtig dunkel ist der irgendwie in der Ecke oder was? ich weiß nicht also den einen jetzt stirb endlich alter oh oh ich mach nur den hier kalt hey oh Gott ich schieße ich weiß gar nicht was mit mir das ist neustlos ich hab kaum noch Munition ich glaube hier ist noch Munition ne ja hier ist ein bisschen ich weiß jetzt wo die Bocken hmm ne Milliken mit dem dicken mit ja mit der Dату undな Da kommt er Das ist auch schnell, ne? Der läuft nochmal auf Vorsicht Äh, jetzt Ok Ich sehe ihn, ich weiß wo er ist Wir sind gegenüber hier im Nordwesten Vorsicht, wenn du raus gehst wird er dich abknallen Das ist ja Stacheldraht, ich renne da voll rein Ja, da musst du aufpassen Ja, also ich Wenn er jetzt, ich hoffe, dass er sich da raus bewegt Ich glaube, der ist da so ein bisschen in die Ecke gegangen Ja, jetzt kommt er langsam Jetzt kommt er langsam raus Jo, jetzt habe ich ihn verbraten, glaube ich Ich weiß aber nicht, ob ich es geschafft habe Der ist genau gegenüber dem Feuer so links schräg, ne? Genau Genau, ja, genau Super Hey, jetzt sehe ich ihn erst Und da ist er Er ist getroffen auf jeden Fall Ah, super Aber er ist nicht tot Ja, der wird sich wahrscheinlich auch verheilt haben oder so Ja, ich nehme auch an Eben überhaupt nicht Ja, vor allem das Blöde ist während wir da Ja, genau da unten Ist er da, wo ich bin? Äh, da habe ich hinter Der muss jetzt so links sein quasi Ja, genau Ja, ich sehe ihn Alter, was denn Ja, okay, mit der Knappe, die der hat, ne? Und dann ist er auch geil Ah, jetzt war er unten rechts Ja, habe ich gesehen Oh nein, ich bin runtergeklatscht Scheiße Ja Alter, hast du ihn weggerotzt? Ja, ja, aber es sind zwei Oh, scheiße Das ist mein Oh, ja Da ist sein Der Arsch Komisch wegzugehen Das ist mega spannend. Hat er den Angeln wiederbelebt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Das ist spannender als ein Krimi, sag ich dir. Oh Gott, diese Wache. So ging es beim letzten Mal auch. Aber der hat den einen scheinbar wiederbelebt, weil der ist hier nicht. Das kann sein, ja. Oh scheiße, ich weiß nicht, von wo. Ich glaube hinter dir. Ja, ich fütter jetzt mal Blende erstmal weg. Ja, ganz schön. Weiß ich nicht. Der Stacheldraub da oben aus. Ja, die zeigt richtig. Was war das Ding hier nochmal? Das geht so nicht weiter. Das war eine geile Knarre, ey. Vor allem, wenn man es einmal ausgeballert hat. Ja. Das Gefühl von links kommt ja angeschlichen. Die versuchen dich zu verbrennen gerade, das ist scheiße. Alter, die Schweine. Ich versuch mal ein letztes Ding hier. Das macht günstig. Ja, ist egal. Ich gehe da jetzt hoch. Jetzt gibt es auch die Fresse. Aber es ist schon geil, weil die gar nicht wissen, von wo du kommst. Ja, wenn ich leiser rede, wäre das davon. Ich weiß nämlich auch nicht, wo die sind. Ach, da unten. Ja, du hast ihn. Sehr geil. Ist das wirklich nur der eine, oder sind das nur die... Ich weiß es gar nicht. Scheiße, es sind mehrere. Oh, scheiße. Ah, du hast mir echt geholfen. Ja, aber es sind mehrere. Könnte ich mir jetzt eine Spritze geben? Nee, kann ich doch nicht. Weißt du, von wo der wird? Nee. Ich bin schon wieder tot. Ich habe, ich wollte mir gerade eine Spritze geben, aber ich habe keine Chance. Na gut, ich bin dann auch gleich tot, weil ich nämlich nichts habe. Ach, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja. Schade, aber was? Ich bin schon wieder tot. Ich bin dann auch gleich tot, weil ich nämlich nichts habe.